Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch einen geht's gut. Herzlich willkommen zu einem neuen Update-Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe, euch einen geht's gut. Momentan traden wir bei ungefähr 20.300 US-Dollar. Wir haben nochmal etwas Abverkaufsdruck reinbekommen, war aber im Endeffekt absehbar. Wir haben ja gestern auch im Livestream darüber gesprochen, dass es nochmal ein bisschen runtergehen kann. Und jetzt möglicherweise wieder eine Gegenbewegung. Wieso, weshalb, warum, schauen wir uns auf jeden Fall an. Dann werfen wir auf jeden Fall einen Blick auf Amazon. Die Zahlen waren nicht besonders gut. Es hat natürlich auch die Märkte nochmal deutlich runtergezogen. Und dann schauen wir uns mal noch einen kleinen Ausblick an, wie es eventuell über die nächsten Wochen und Monate weitergehen kann. Da haben wir auch gestern im Livestream darüber gesprochen. Da möchte ich heute nochmal drauf eingehen. Also bleibt auf jeden Fall am Ball. Lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal. Lasst die 2.000 Abos voll machen. Würde ich mich riesig drüber freuen. Und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt direkt durch. Wie gesagt, 20.200 US-Dollar. Die Amazon-Zahlen, würde ich sagen, fangen wir mal ganz kurz damit an. Also der Kurs extrem eingebrochen. 20% ging es hier ordentlich runter nach den Zahlen. Sogar über 20%. Hat sich mittlerweile wieder deutlich erholt. Ist klar. Ich würde es jetzt auch nicht zu überstrapazieren. Momentan, klar, das war jetzt dieser erste Abverkaufsdruck. Dass wir uns den Wiki unten nochmal holen, ist wahrscheinlich sehr wahrscheinlich. Trotzdem, Amazon nachhaltig. Bin ich da auf jeden Fall noch auf dem bullischen Ast. Ansonsten hat es natürlich dann auch Krypto ordentlich nochmal runtergezogen. Wie gesagt, wir waren ja gestern so ungefähr immer 20.500. Wir hatten jetzt das Tief bei ungefähr 20.160 US-Dollar. Wenn wir jetzt hier ein bisschen reinzoomen, haben wir ja gestern darüber gesprochen, dass einfach hier unten nochmal die 4 Stunden EMI-Ribbons nochmal gut und gerne angetestet werden sollten. Einfach um hier nochmal diesen Support zu bestätigen. Und die zweite Welle, was ich mir jetzt wirklich wünschen würde, wäre einfach, dass wir hier jetzt in Doppeltop formen in Richtung 21.200 US-Dollar. Möglicherweise übers Wochenende. Dann hätten wir im Endeffekt so mein Wunschszenario. Wir hätten die Ineffizienz hier oben bei 21.200 US-Dollar gefüllt. Und könnten dann wirklich vielleicht Anfang nächster Woche so kurz vor den Fett zahlen. Möglicherweise nochmal diese Gegenbewegung in den Bereich der 19.700 oder sogar 19.300 starten. Hat einfach den Aspekt, wir haben ja schon öfters darüber gesprochen. Unten liegen die Vector Candles, hier hat dieser Pump begonnen. Hier liegen natürlich auch viele Stop Losses von den ganzen Long Orders, die eröffnet wurden. Wäre jetzt einfach das Wunschszenario. Schönes Doppeltop. Dann hier unten nochmal diese Orders abholen. Beziehungsweise hier in Richtung 200 der SMA möglicherweise sogar nur zu gehen bei ungefähr 19.400 US-Dollar. Wird sich dann zeigen. Also wir haben hier eine relativ enge Range, die auf jeden Fall nochmal angetestet werden sollte. Plus, was man auch noch dazu sagen muss, hier liegt natürlich auch noch unser Golden Pocket hier in dieser Region. Bei ungefähr 19.700 US-Dollar. Also die Range sollten wir auf jeden Fall jetzt über das Wochenende mal fett im Auge behalten. Und ansonsten hoffe ich jetzt erstmal, dass wir uns eine kurze Erholung zumindest sehen mit einem höheren Hoch. Mit deutlich, deutlich weniger Volumen, als wir es bei den letzten Hochs gebildet haben. Das wäre jetzt eigentlich so das Wunschszenario dazu. Und dann eben dieses Doppeltop bilden mit einem höheren Hoch. Und dann eben die Trendwende nach unten hin. Wäre auch ein perfekter Short Entry. Ich bin weiterhin in meinen zwei Short Positionen drin. Bei Bitcoin und bei Ethereum. Bei Ethereum und bei Bitcoin habe ich jeweils 50% rausgenommen. Das ist jetzt einfach zu risky. Lieber die Profite mitnehmen. Sollten wir jetzt die Gegenbewegung nach oben hin mitkriegen, werde ich dann hier oben einfach nochmal eine neue Short Position eröffnen. Setup werde ich vielleicht dann auch mal in die Gruppe reinposten, wen es dann interessiert. Also werde jetzt auch immer mehr und mehr Setups da auch nochmal mit reinposten. Also wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ja, das war es eigentlich zu Bitcoin. Aber ich habe ja gesagt, ich möchte nochmal einen kurzen Ausblick geben. Und zwar sind wir gestern im Livestream drauf gekommen. Mögliches Wyckoff-Pattern. Ihr wisst, ich bin kein unbedingter Fan von diesem Wyckoff-Pattern. Aber es würde relativ gut passen. Es ist jetzt einfach nur mal so grob eingezeichnet. Merkt euch mal diesen Weg. Das erste Hoch, dann diese Akkumulation. Jetzt möglicherweise mit dem zweiten High bei ungefähr 23.000 oder 24.000 Öster. Und jetzt seht euch mal dieses Bild dann im Endeffekt. Wir hatten unser erstes Hoch. Hoch, dann ging es runter. Dann hätten wir jetzt im Endeffekt diese zweite Rallye, in Anführungszeichen, wo wir dann Richtung 22.000, 23.000, ganz genau kann man das natürlich nicht sagen, hochgehen und dann kriegen wir unsere Spring-Phase. Und so habe ich das jetzt mal hier so grob eingezeichnet, damit ihr das mal seht. Also B-Phase, dass wir hier dann hochgehen. Zwischen B und C kriegen wir dann hier unten diese Spring-Phase. Dann so langsam diesen Abtrend im neuen Jahr möglicherweise erst. Aber die Spring-Phase hatten wir meines Erachtens noch nicht. Und das bestätigt mich dann auch nochmal, dass ich nochmal sage, okay, die 17.500 oder kurz darunter wäre dann diese Spring-Phase zwischen 16.000 und 17.500 US-Dollar, wo wir ja schon seit Wochen drüber reden, wäre einfach diese mögliche Phase, die ich auf jeden Fall noch auf dem Schirm habe. Einfach nochmal dieser, ich sage jetzt mal, impulsive Anstieg in Richtung 22.000, 23.000 US-Dollar. Auf jeden Fall sollte es nicht über dieses Hochgehen. Und dann eben die nächste Korrektur in die Spring-Phase. Und dann könnten wir möglicherweise den Boden gesehen haben und versuchen dann einen neuen Bullrun zu starten. Aber das ist natürlich alles Zukunftsbischerei. Ich wollte euch das nur mal einzeichnen, beziehungsweise einfach mal so grob darstellen, wie ich mir das im Endeffekt dann vorstelle. Gut, dann kommen wir zu Ethereum. Im Endeffekt bei Ethereum haben wir das gleiche Bild auch hier. Deutlicher Abverkaufsdruck, wobei ich sagen muss, dass Ethereum vom Prozentualen noch ein bisschen mehr eingebrochen ist. Wir sind jetzt hier in diesem kleinen Golden Pocket jetzt erst einmal gebounced. Sehen hier auch schon die erste Gegenbewegung in dem Bereich der 1520 US-Dollar. Ich sehe jetzt erst einmal Luft bis ungefähr 1537 US-Dollar. Das wäre jetzt so die erste Marke. Wir hätten dann diesen Dump, den wir dann gestern durch diese Zahlen nochmal erlebt haben, wieder aufgefüllt. Und dann wird es natürlich interessant. Ich gehe weiterhin davon aus, ganz ehrlich, dass wir uns auch hier nochmal dieses Hochebenkreis, greifen könnten. Das wäre einfach das Wunschszenario, auch hier einen Doppeltop zu kriegen, dann das Golden Pocket irgendwann zu durchbrechen, den Retest zu kriegen und dann eben den Abverkauf in die Region um 1400 bis maximal 1350 US-Dollar. Das ist weiterhin das Primärszenario, was ich im Blick behalte. Einfach auch hier haben wir die Vector Candles. Wir haben hier diesen krassen impulsiven Pump, der dann wiederum aufgefüllt wurde. Und dann könnten wir nächste Woche mit einem Higher Low, was wir dann hier im Endeffekt dann auch gebildet hätten, irgendwo in dieser Region zwischen 1350 und ungefähr 1380 bis 1400, hätten wir dieses Higher Low und könnten dann vielleicht nächste Woche die Region um 1700 US-Dollar angreifen. Aber wie gesagt, da müssen wir dann nochmal gucken. Kurzfristig kann ich mir jetzt erst einmal eine Erholung vorstellen, würde ganz gut passen, um dann eben gesagt, das Higher High erstmal auszubilden mit deutlich weniger Volumen. Wäre natürlich wünschenswerter, einfach damit wir auch wirklich die Bestätigung haben, okay, wir konsolidieren dann hier oben noch möglicherweise ein bisschen, ziehen die Hochs ab und dann machen wir eben die Trendwende nach unten. So, dann Cardano hat es leider auch nicht mehr geschafft, hier dieses Higher High im Endeffekt abzuholen. Leider noch nicht, aber kann ja im Endeffekt noch kommen. Hier ging es jetzt auch relativ flott nach unten, hat aber auch den Grund, wir sind hier einfach in einem krassen Pump gewesen. Also muss man natürlich auch dazu sagen, dieser krasse Pump war klar, dass er früher oder später ausgefüllt wird. Wir haben hier auch weiterhin die meiste Confluence im Golden Pocket bei ungefähr 0,38 US-Dollar mit eben dieser ehemaligen Widerstandszone, die uns Support werden würde. Aber auch hier hoffe ich jetzt erst einmal auf eine Gegenbewegung, zumindest erst einmal im Bereich der 39,71 beziehungsweise da, wo der 200 SMA liegt auf dem 4-Stunden-Chart mit einem möglichen Higher High hier in die Region um 0,42. Das wäre so momentan das Primärszenario, ob wir jetzt nochmal ganz da hoch gehen. Müssen wir schauen, wie die Märkte im Endeffekt reagieren, ob sich Bitcoin doch ein bisschen stärker erholen könnte, um dann möglicherweise auch hier so ein kleines Doppeltop zu bilden und wir dann hier unten eben diese Liquidität, die hier unten liegt, einfach nochmal abgreifen und dann nächste Woche ein bisschen bullischer durchstarten. Dann haben wir ja noch über den Dow Jones gesprochen. Hier sehen wir im Endeffekt das Szenario, was ich mir auch im Endeffekt bei den ganz normalen Kryptomärkten vorgestellt habe. Wir greifen hier die Hochs ab mit deutlich weniger Volumen. Hier kam jetzt nochmal deutlich mehr Volumen zustande. Also auch hier wäre es weiterhin besser, wir holen uns dieses hoch und konsolidieren hier. Oder es hat im Endeffekt schon gereicht, diese Liquidität hier oben zu holen, weil wir konsolidieren jetzt hier schon ziemlich lange und versuchen immer wieder neue Hochs zu bilden, ohne diesen impulsiven Move weiter nach oben hin fortzusetzen. Deswegen sieht es auch hier erstmal noch ein bisschen bearischer aus beim Dow Jones. Die XY, auch nochmal ganz kurzer Blick, auch hier Gegenbewegung erst einmal gestartet. Wir sind noch nicht ganz in diese grüne Box hier gekommen. Kann noch sein, dass wir uns die im Laufe des Tages vielleicht holen, dadurch, dass die Märkte jetzt noch ein bisschen mehr korrigiert haben durch die Amazon News. Apple übrigens relativ gut gewesen, also was heißt relativ guter Dollar, belastet natürlich der starke Dollar, aber an sich waren die Zahlen jetzt nicht zum Vergessen, so wie bei Amazon. Aber das ist weiterhin auch so, diesen Weg, den ich mir vorstellen könnte. Natürlich diese Gegenbewegung nach unten wäre dann natürlich nur der Fall, sollten wir bei Bitcoin wirklich in Richtung 22k, 23k kommen. Dann wäre das hier natürlich dieses Wunschszenario und dann früher oder später, dass wir nochmal eine Rallye sehen beim DXY. Je nachdem, wie sich das dann über Monate dann erstmal hinzieht. Gut, dann schauen wir uns nochmal ganz kurz Elrond an. Elrond, 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 Elrond. Das habe ich ja auch auf dem Schirm gehabt, wo leider die Order auch nicht abgeholt wurde momentan. Also ihr seht hier, es hat sich weiterhin hier nichts verändert. Diese Hochs hier oben sind weiter für mich relevant. Deswegen bleibt dieser Fahrtweg erst einmal hier. Wir sind jetzt aus diesem Rising Wedge erstmal nach unten hin ausgebrochen. Ich gehe aber trotzdem weiterhin davon aus, dass wir uns diese Hochs noch holen. Und das ist weiterhin auch mein primärer Short-Impuls, den ich mir hier oben auf jeden Fall holen möchte. Und dann auch hier eine deutliche Gegenbewegung nach unten. Also ihr seht, kurzfristig jetzt wieder ein bisschen Potenzial nach oben hin zu holen. Längerfristig oder mittelfristig deutet doch eher momentan wieder ein bisschen mehr auf sinkende Kurse hin. Aber gut, wird sich dann jetzt übers Wochenende auf jeden Fall zeigen, ob dann die 19.3 bis 19.7 bei Bitcoin auf jeden Fall als Support ausreichen sollten. Gut, dann noch ganz kurz die News. Kasachstan integriert CBDC in die Binance Smart Chain. Nächstes CBDC. Ich weiß, auch so ein strittiges Thema. Aber ist trotzdem ein weiterer Schritt im Endeffekt in die Integration, beziehungsweise auch umso mehr Krypto einzubringen. Gut, wenn ihr Bock habt, schaut euch gerne den Artikel an. Ich werde ihn euch später noch in die Telegram-Gruppen posten. Ansonsten lasst ein Video ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ich es schaffe, mache ich noch ein ausführliches Altcoin-Update-Video. Jetzt mal ohne eure Wünsche. Einfach die Coins, die ich momentan auf dem Schirm habe für Spot, für Trade-Potenziale. Könnt ihr euch dann gerne anschauen. Wie gesagt, ich versuche es am Wochenende zu schaffen, aber ich weiß es noch nicht. Gut, das war es von mir. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende auf jeden Fall. Wer das Video jetzt schon sieht, einen guten Morgen nochmal. Und dann würde ich sagen, hören wir uns morgen früh wieder zu einem ausführlichen Update. Bis dahin. Ciao, ciao. Stay Crypto.